Herr bei Paco! Herr bei Paco! Herr bei Paco! Ich glaube schon, dass ein gewisses Styling für Männer auch wichtig ist. Insofern bin ich froh, dass es so gute Friseure gibt wie Paco. Paco ist einfach Paco. Ich habe zu Samstag einen Termin für meine kleine Schwester gemacht. Lieber Paco, wir Kölner wünschen ihr alles Gute!